Ja, damit habe ich schon... Warte mal, haben sie das kopiert? Ja, wir sind wirklich... Komm, mach einen Screenshot zum Beweis. Die haben einfach das gleiche Model genommen und einfach 10 cm... Krass. Wow. Wie geil ist das denn? Das ist krass. Just stop. Da dachte ich nur... Was the fuck? Ja. Das ist geil. Okay. Okay, okay. Ja, wir haben genug gesehen. Ich glaube, der... Oh, das ist geil. Ich glaube, der wird sie nicht mehr unterschätzen, den Tanz. Bin ich bereit für den Sonne-Mond-Tanz? Ja. Frischer geht es kaum. Ja, ja, genau. Frischer geht es kaum. Du hast zweifellos Potential, weil das... Oh nein, diese liebt das falsche Outfit. Was? Das ist so falsch. Er findet dich hot. Das sieht gerade so falsch aus. Er guckt gerade. Liebling, wo ist er? Nein, Schatz, das ist nicht ganz, was du denkst. Ja, Schatz. Ich... 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 Ich kann es erklären. Ich... Ich... Ich finde ihn hot und habe ihn angeln lassen und... Ja, solange er dich nicht angelt, ist alles Tutti-Sein-Sein, ne? Hahaha, ich finde das geil. Wann hast du eigentlich das letzte Mal richtig gearbeitet? Du kannst anfangen, mir zu arbeiten. Ich hätte nichts dagegen, aber ich bin offen nicht derjenige, der sich dann aufregt, wenn die Geschäftsbücher wieder nicht stimmen. Ich habe richtig Arbeiten gesagt. Ich hoffe, du lernst irgendwann den Unterschied, Meister. Ich will doch nur mit mir arbeiten. Zurück zu dir, Andrea. Du hast gelernt, wie man mit der Angelroute umgeht. Das fällt mir hier der Vogel-Scheiß runter, Alter. Hahaha, da bist du überhaupt nichts Schlimmes dran. Nein! War mal Lago. Nein! Nein! Einfach kräftig ziehen. Nein! Schlimmer! Genau! Immer kräftig die Rute auswerfen! Oh Gott! Wo du welche Fische fangen kannst, lernst du am besten durch die Übung macht der Meister-Methode. Oh Scheiße, Alter! Also genau wie bei der Liebesangel-Gelegenheiten! Alter, ich wusste es! Tequila! 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 Untertitelung des ZDF, 2020